Na? Mee meeeep! Okay, du gehst nicht weg. Juhu! Hä, wie der? Hast du den Bus da hoch gerammt oder was? Ja. Jetzt stand er grad so halb auf mir drauf. Ey, ich komm nicht weiter! Huuu! Scheiße, ich bin rausgeflogen. Ah ja, wie fandst du jetzt den Part? Hab ich vergessen. Na ja, du und Richard waren halt so auf dem Flughafen und hab Rennen gefahren. Also so, immer ringsherum. Wir waren zurück und dann seid ihr einmal mit Platten gefahren. Wollen wir das auch mal machen? So mit Plattenreifen fahren? Bist du das können wir eigentlich machen? Komm mal her! Ja, wollen wir da auf dem Flughafen auch gehen? Oder? Weil da ist ja ein bisschen... Auf dem Flughafen? Äh... Ja, können wir eigentlich. Wollen wir? Ja, können wir. Warte, setzen wir uns mal eine Markierung. Da geht's lang. Ich hör doch. Da geht's lang übrigens. Wobei, wie geht's da lang? Ja, bei mir auch. Ich wollte das nur noch mal bedrohen. Ach so! Es ist nicht das Kleid, was dich fett macht, es ist das Fett, was dich fett macht. Oh, schöner Spruch. Ja. Das hätte ich zu meiner Fronie nie gemacht. Boah, das Medipack ist unten, ey. Scheißdreck. Fuck nix. Das ist jetzt ein bisschen überfordert, wa? Ich muss immer nach hinten gucken, das ist voll schwul. Wieso bist du schneller als ich? Oh, jetzt wird's haunt, jetzt kannst du mich nicht mehr abdringen. Zack. Schlecht. Oh, da wäre es noch rechts unten gegangen, verdammt. Ja, ich wollte gerade sagen, aber wir können auch hier lang, oder? Nee, nee, komm, wir fahren schon die richtige Route. Nö. Nee. Ich schon. Nee. Mach! Mach! Mach mir nicht lang, aber scheiße, hab ich den Weg genommen. Toll. Wieso hast du nicht gesagt? Ja, komm mit. Scheiße. So, toll, jetzt muss ich schon wieder eine andere Route berechnen. Hä? Hä? Ist das da recht immer die scheiß Route da hoch? WTF? Ja. Nee, ich fass immer da lang, ich glaub da geht's zum Flughafen. Hallo? Hallo? Oh, okay, ich hab keine Ahnung, ich fass doch mal dem Ding hinterher. Was sehen wir doch schneller da? Ja, ich. 100 pro. Genau. Ja, ich. Fahre so. Im Kreis. Äh, wohin? Hä? Was? Hey, wenn ich in GTA 4's Navi nicht hätte, ey. Ohne Müssen. Ich hätte mich heute ja so gnadenlos, planlos verfahren. Ja, ist aufgeschmissen. Oder so. Ah, ich hab's kurz und bündig gesagt, ne? Ja. Genau. Ja. 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 Woher ist denn das eigentlich? Oh, das ist Puh. Pau. Ach ja. Das kleine Fickvieh, das hab ich schon lange deinstalliert. Das ging mir so dermaßen auf die Eier. Das ist ja Hunger, fütter mich jetzt. Das will ich nicht essen. Das ist eigentlich nur, du isst das, was auf den Tisch kommt, du Spass. Okay, ich bin da. Ja, ich komm auch grad. So richtig hart in your face, bitch. Guck mal, da sind zwei Bullen, die kann ich so bestimmt hier abbringen. Weil so ein bisschen schocken, dass sie... Oh, verdammt. Au. Scheiße. Oh, ne. Ich wollte hier so ganz cool unter der Turbine durchfahren und dann bin ich stecken. Trotz Infernus. Ja, der Infernus flutscht nochmal überall leicht rein. Oh, hier ist ein Sanchez. Aber da ist halt mal stecken geblieben, boah. Geil. Würdest du im echten Leben dein Lamborghini gegen ein Motocrossrad tauschen? Ja. Na ja. Komm, lassen wir das. Bevor ich noch ausfallen werde. Komm mal hier runter. Wo bist denn du? Satyr-Elefant 60 ist bei Getraten. Wo bist du? Joa. Kennst du den? Ich bin auch im Flughafen. Oh, Mann. Oh. Guck, du hast ihn verscheucht. Toll gemacht. Komm her. Ich bin noch hier. Ich bin noch ganz unten. Ach so, wir wollen da starten. Okay. Ja, was dachtest du denn? Ja, ich dachte an nix. So, ich schieß mir direkt schon mal zwei platte Reifen. Nur hinten oder auch vorne? Das... Das, äh... Das... Ja, beide. Alles. 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 Fisch. Oh. Oh. Schöne Haut. Boah. Boah. No. Es kommt so knapp vor mir zum Stehen und dann gib's nochmal kurz Vollgas. BUSH. Ey, du hast mir in die Scheibe dort, du. Ich mir selber. Nein. Näh. Ey, lass das. Übertreib' gleich voll. Ach so, ist schon platt. Oh, stimmt. Hey, spinnst du? Aua, ja, ja, so, lol. Was? Hä? Oh, ne, der Lovie ist weg. Komm, steig rein, wir suchen einen. Hast du jüng gemacht? Jetzt hab ich eine Platte, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwo Leben herkrieg. Ja, auf Felgen fahren, das musst du im echten Leben probieren, wie viele Meter du kommst. Äh, ja, nicht weit. Ja doch, ich glaub, das könnte schon gehen, aber du musst auf jeden Fall auf abgesperrter Strecke, ich hab das mal gesehen im Fernsehen. Auf abgesperrter Strecke musst du halt auf jeden Fall fahren und du musst halt, ähm... Bestimmt bei Grip oder so. Ja, genau, genau. Grip oder irgendwo anders. Und dann musst du halt ein bisschen vorsichtig fahren. Der ist halt voll rumgedriftet auf den Felgen, das ging eigentlich recht gut. Auf wie viel hast du Verkehr eingestellt? Mittel. Oh, macht doch viel. Mensch. Schmittel. Dusch das. Ja, wir müssen auch kein Infernus nehmen. Oh, das wär schon geiler. Bei mir kommt grad so schwule Hip-Hop-Musik. Nichts gegen Hip-Hop, aber, äh, der Teil wäre echt cool. Ah, auf dem Parkplatz hier mit Sicherheit. Oh, hier ist leer. Mit Sicherheit. Boah, komm, dann machen wir hier so mit Sanchez machen wir ein Rennen und das mit Platten. Oh, genau. Nicht mit Platten, auch Felgen. Na, mein' ich doch. Hey! Ja, ich wollte nur Platten machen. Ja, so dermaßen daneben schießen kann man nicht. Ja! Ich will dir auch ne Platte machen. Ach! Oh, scheiße. Haha, nein. Verdammt. Alles gut. Alles gut. Ja, Joyner war wieder bei mir. Guck, da liegt's noch. Pick up! Hey, jetzt hab ich ihn Fahndungslevel. Nur wegen dir. Ich hab' gar keinen Platten, haha. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Platten hab. Oh, Manno. Pfff. Doch, hast du. Ja, grad bekommen. Dank dir. Nicht Platten, du meinst, der Reifen ist geplatzt und du bist auf Felge gefahren, oder? Stich, Alter, ist das geil. Boah, ist das langsam. Vor allem sieht das voll geil aus. Pfff. Ja, eben, sieht aus wie so voll die Lichter schauen, so voll so. Hä, hab ich jetzt einen Platten, oder nicht? Soll ich dir einschießen? Oh, leil. Ne, warte, das klingt ein bisschen so irgendwie, also mein Motorrad klingt so flap, 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 flap. Ja, jetzt, jetzt sauber. Aua, verdammt. Komm, ich warte schon. Boah, wie crusted aussieht. Richtig geil, Mann. Ohne Mist, das sieht ja richtig fetzig aus. Und so schlecht fährt sich das gar nicht mal. Treff ich dich? Das kannst du vergessen, da rutschst du mal voll weg. Ja, da rammt mich auch immer weg, ja, da. Auf die Plätze, fertig los! Ja, ja, ne, wo fangen wir an? Äh, hier beim Zebra-Streifen. Boah, genau. Wieso? Die halten die Flugzeuge mal an und lassen die anderen Fahrzeuge durchfahren. Ja, komm. Alpha-Plätze, mach mal Burnout. Oh, sieht das nice aus. Alpha-Plätze, fortisch, los! Du, Cheater! Alter, der lehnt sich voll weit nach vorne. Die, mein Freund, die. Ja, okay, die. Der, ja, die, das. Wo fahren wir jetzt hin, an das andere Ende da, wo wir vorhin starten wollten, oder was? Ja, würde ich schon sagen. Alter, der Motion-Blur-Effekt ist voll krass hier gerade. Boah, wie krass das geil aussieht, ohne Mist. Was? Oh, verdammt. Fein! Bitte zum Block! Nein! Oh, nein! Ah, du auch! Nauber! Schade! Loil! Was? Zwei Idioten spaßen nach am Rennen vor allem rumdriften, so. Nein! Loil, nein! Nein! Ich dreh mich komplett um, so! Ich wollte merken. Nein! Was ist das? Das war ein Motorrad fertig, wer gerade ist. Das war schwul. Och, ja. Ich hab's doch auf der Straße geschafft. Ich auch, endlich. Meine Fresse. Und wer hat's geschafft? Ich! Mein Motorrad ist echt nicht mehr gerade gefahren, das war nicht mehr schön. Ich glaube, mit dem Motorrad ist sogar schwieriger als mit dem Auto. Loil! Hilfe! Und ins Wasser. Ne, bisher gar nicht. Na und? Oh, verdammt! PUSCH! Aha! Ich warte auf dich. Daaaah! Rache! Okay. Jetzt find ich beruhigt. Nein! Sah! Scheiße! Wollte ich jetzt extra nicht töten, aber gut. Die Hälfte sind schon fast. Ja, 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 ja. Such lieber nochmal Motorrads, weil ich hab jetzt geiles mehr. Äh! Äh! Alter! Da, da bin ich grad echt vom Motorrad gefallen. Haha, Idiot! Haha! Badum! Also, such ich mir nochmal Motorrad. Oh yeah! Ja! So! Schmäh die Pack! So! Schmäh die Pack! Ich weglaufen! Ich will die da nur umbringen! Ich will die da nur umbringen! Ich will die da nur umbringen! Du könntest voll super Hattentate machen mit so einer Granate! Nimmst du in die Hand, ziehst einen Stift, lässt sie fallen und rennst weg! Keiner merkt, dass es du jemals, dass es du warst! Aber zwei Fahndungssterne kriegst du trotzdem! Verdammt! Verdammt! Okay, ich bin hier! Ich bin dort und ich war jetzt weg! Du bist tot und fährst weg! Dort! Und da ist ein PMP, den hol ich mit! Komm Oma, stirb! Boah, voll Bruder! Oh, Polizei! Was will die denn? Mich verhaften! So und die ist auf dich heiß? Ja! Na ja, hast du ja vor zwei Minuten mal gesagt, ne? Joah! Genau! Ich helf der Polizei! Boah, gerade würde ich schon sagen, danke, nett von dir! Sondern sowas! Bist du schon los? Nee! Nee, aber fast! Gleich, nirschmer! Achso, du steigst in den Haley! Du solltest es wie Richard machen! Ob sowas passt! Nee, nee! Ich hab nen Schwanz! Das war dumm, ey! Das war dumm! Badum! Bleib doch stehen! Ich will dir nur nen Platten schießen, ey! Was machst'n du da? Aua! Hallo! Du bist doch der, der angefangen hat zu schießen! Ah Mann! Ja, ich schaffe jetzt nicht! Ich hab zwei Wanteds! Danke! Zwei Sternchen! Zwei! Verdient! Ich werd geliebt! Hey, die Polizisten mögen mich! Mein Mögungsgrad ist zwei! Oder deiner, besser gesagt! Neu! Boah, richtig epic! Ah, scheiße! Jetzt bin ich aus Versehen geschossen, jetzt sind die Bullen schon wieder hinter mir her! Das war ein Versehen! Ich bin auf nen Abzug gekommen! Und die Waffe war rein zufällig auf dem sein Kopf gerichtet! Ja, ich würd sagen, es neigt sich auch bald dem Ende zu, weil wir haben nämlich schon 21.30 Uhr fast! Und 25! Ja gut, aber so wird's jetzt passen in zwei Teile! So, von dem Video hinweg her! Ja! Du bist auch schon müde? Ja! Oh, Banshee! Banshee! Ja, ne, komm, wir machen nen Zwang-Cut! Oder vorzeitig die Kisten nochmal gucken, ob wir den Kugeln dafür reichen! Aber was ist denn das für ein krasses Lied? Die haben grad die ganze Zeit Nein, 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 Nein gesungen! Kennst du dieses, dieses Nein, 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 Nein 1000? Kennst du das? Ja, ich hab keine Granaten mehr! Ne, kenn ich nicht! Muss doch nicht hin, ne, scheiß! Ich will nochmal zu dir, bevor du Karten machst, bitte! Lass mich nochmal zu dir! Aber nicht töten, ne? Der LKW ist gleich tot! Ich find das komisch, dass das da aus den Reifen rausbrennt, das ist voll komisch! Hallo! Hallo! Steigst du ein? Nein, oh! Wechsel! Nein! Das war witzig! Gleich noch mal! Das ist ein tolles Ende hier! Ja, find ich auch! Ja, egal, nächstes Mal wird's vielleicht besser und endet nicht damit, dass wir uns die ganze versuchen, gegenseitig abzuknallen, so wie eigentlich immer! Naja, äh, zuversichtlich, äh, verabschieden uns bis zum nächsten Mal wieder! Nö! Nö! Ja! Also bis dann, Tschüss! Tschüss! Tschüss!